M.K. Also wir sind jetzt hier beim Chor-Workshop und reden jetzt mit einer der Leiterinnen. Du bist die Ellen. Die Ellen. Und die Ellen wird uns jetzt ganz kurz erzählen, was sie den Schülern hier vermitteln will, was sie überhaupt hier mit den Schülern machen. Kannst du ja ganz kurz ein paar Wörter dazu sagen? Ja, auf jeden Fall. Also ich leite heute eine Chor-Workshop und die Idee ist einfach so ganz entspannt mit den Schülerinnen hier zu singen und einfach für sie zu merken, das muss nicht immer so kompliziert sein. Also man braucht nicht immer Noten oder ganz viel Zeit oder ganz viele Erfahrungen, so in einer Gruppe gemeinsam zu singen. Und das am Ende. Es geht nicht um, okay, wie perfekt es klingt. Es geht einfach um Spaß und zu merken, jeder hat eine Stimme, jeder kann es benutzen. Einfach ein Teil von einem richtig kräftigen gemeinsamen Klang zu sein. Also mir macht es echt sehr viel Spaß hier. Ich finde es ganz spannend, andere Sachen zu lernen, vor allen Dingen auch in einer anderen Sprache. Und ja, es sind sehr coole Leute hier. Wir haben ein weiß-russisches Lied gelernt über einen Spahn, der am Meer ist. Und das war alles sehr, sehr schön. Nach einem erfolgreichen Workshop-Tag führen die Teilnehmer des Chors das gelernte Stück mehrstimmig vor den Schülern und Lehrern auf. Musik Musik Untertitelung des ZDF, 2020